Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Mandy an. Dieser hat über den WMF Stelio Eierkocher geschrieben, welchen sie mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie ihr mal im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. WMF Stelio Eierkocher Test. Immer das perfekte Eikochen? Viele haben morgens die Routine ein Ei zu essen. Selbst wenn man nur am Wochenende oder zwischendurch gerne mal ein gekochtes Ei ist, kann es manchmal ziemlich schwierig sein. Hat man einmal den Dreh heraus und den perfekten Zeitpunkt gefunden, dann gelingt es fast immer. Dennoch kann der zeitliche Aufwand ziemlich hoch sein, wenn man jedes Mal erst warten muss bis das Wasser kocht und anschließend noch bis das Ei bis zum richtigen Härtegrad gekocht ist. Der WMF Stelio Eierkocher kann hier die Lösung sein. Ist das vielleicht sogar der beste Eierkocher? Als bekennender Liebhaber von festgekochten Frühstückseiern will ich heute mit euch meine WMF Stelio Eierkocher Erfahrungen mit euch teilen. Die WMF Group. Das Unternehmen hat Tradition und eine Geschichte von über 100 Jahren. Gegründet wurde es schon 1853 in Geislingen. Heute gibt es mehr als 40 Standorte weltweit mit ca. 6000 Mitarbeitern. Zu der WMF Group gehören die Marken WMF, Silit, Kaiser, Scherer und Hepp. Gerade die Marke WMF ist führend bei Besteck, Tisch und Küchenprodukten. Auch Kaffeevollautomaten gibt es für private Haushälter sowie für den professionellen Gebrauch. Im Sortiment findet man unter anderem Messer, Küchenmaschinen, Mixer, Töpfe, Pfannen, Dampfgarer, alle Arten von Besteck, Karaffen, Wasserkocher, Smoothiemaker und vieles mehr. Der WMF Stelio Eierkocher. Produktdetails. Der WMF Eierkocher bietet Platz für maximal 7 Eier. Die Haube unter denen die Eier kochen ist aus einem gebürsteten Chromogarn. Einer besonders festen und widerstandsfähigen Oberfläche die Wärme ideal isoliert. Im Gerät selbst befindet sich eine Heidschale aus Edelstahl, die die benötigte Wärme erzeugt und hält. Über die Schale ist eine Vorrichtung, wo man die 7 Eier platzieren kann. In jedem einzelnen Messbecher ist ein kleiner Eipick, der die Eier festhält, damit sie aufrecht sitzen. Vorne am Gerät befinden sich ein Knopf und ein Regler. Der Knopf ist zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Es ist aktiviert, leuchtet die kleine schmale LED-Leuchte. Rechts daneben ist der Regler, um den Härtegrad einzustellen. Das Ei kann weich, mittelhart oder hart gegart werden. Bei allen drei Stufen ist eine feine Einstellung möglich, dank des Reglers. Sobald die Kochzeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton. Ein Überhitzungsschutz sorgt dafür, dass das Gerät nicht versehentlich überhitzt. Die Produktbeschreibung laut Hersteller. Der Stelio-Eierkocher mit einer Haube aus gebürstetem Chromogarn und einer Edelstahl-Heidschale gab bis zu 7 Eier gleichzeitig. Die Kochzeitelektronik ermöglicht hierbei das gleichzeitige, punktgenaue Zubereiten mit den Härtegraden weich, mittel und hart. Der separate Ein- und Ausschalter, ein Signalton am Ende der Garzeit sowie die Kabelabwicklung machen den Stelio-Eierkocher zu einem unverzichtbaren Küchenhelfer. Der WMF Eierkocher wiegt schlanke 748 Gramm bei Abmessungen von 17,5 x 20 x 15 cm. WMF Stelio Eierkocher Review WMF Stelio Eierkocher Test Bestellt habe ich dieses hochwertig aussehende Gerät von WMF bei Amazon. Damals schon war es runtergesetzt und ich habe eben nachgeguckt und festgestellt, dass es immer noch vergünstigt zu bekommen ist. Der Originalpreis liegt bei Amazon sonst bei 59,99€ und zur Zeit liegt er nur bei 38,48€. Damit ist er nicht viel teurer als die sonstigen mittelklassigen Geräte, die man sonst in der Kategorie Eierkocher findet. Gekauft habe ich, weil die vielen Rezensionen so positiv ausgefallen sind. Viele loben den Kocher für Einfachheit und Unkompliziertheit, speziell was das Wasserbefüllung angeht. Ok, kommen wir aber mal zu meinem Eindruck. Verkauft wurde der Kocher direkt über WMF selbst und es war schon nach zwei Tagen bei mir angekommen, nachdem ich die Bestellung aufgegeben hatte. Der erste Eindruck. Das Paket war sauber gepolstert. Der Eierkocher machte einen sehr hochwertigen Eindruck, gerade das Chromogarn ist hochglänzend. Fingerabdrücke sieht man nicht, solange man zumindest nicht extrem fettige Finger hat. Es fühlt sich sauber verarbeitet an mit soliden Materialien. Ich konnte keine Kratzer feststellen. Die Kabelaufwicklung macht die Handhabung angenehm leicht. Die erste Verwendung. Die vorherigen Käufer hatten recht. Mit dem Wasser einfüllen, das ist wirklich sehr einfach. Dank Messbecher hat man immer die perfekte Menge, die man auch während des Kochens nicht ändern muss, wie es bei manchen anderen Geräten der Fall ist. Auch spielt keine Rolle, ob das Ei hart oder weich sein soll. Die Menge bleibt immer gleich. Wasser drin, die Vorrichtung für die Eier rein, Eier rein und Gerät einschalten und Härtegrad auswählen. Je nach Grad dauert es dann einige Minuten, bis der Signalton kommt. Dann nimmt man einfach den Deckel ab und am Griff kann man dann alle maximal sieben Eier gleichzeitig transportieren. Entweder direkt heiß zum Tisch bringen oder vorher nochmal kalt abschrecken. Das perfekte Ei. Jeder hat eine andere Vorstellung und auch mit dem Gerät muss man erst etwas herumspielen, bis man die perfekte Einstellung gefunden hat. Zwar hat man schon eine grobe Richtung mit weich, mittel und hart, aber auch hier ist der Schlüssel die Feineinstellung. Nach ca. drei Versuchen hatte ich meine persönliche Einstellung gefunden und da lasse ich den Regler einfach stehen. Mein Mann mag seine gekochten Eier so zum Glück auch ganz gern, so dass es zu keinen Streitigkeiten kommt. Fazit, der beste Eierkocher? Ja, für unseren Haushalt auf jeden Fall. Es ist eine Zeitersparnis und es geht super leicht von der Hand. Vorher musste ich immer die Frühstückseier machen, weil es meinem Mann irgendwie schon zu viel war einen Topf mit Wasser aufzusetzen und dann noch auf die Eier aufzupassen mit einer Eieruhr. Seit dem WMF Stelio Eierkocher konnte ich ihn dazu bringen, diese Aufgabe morgens auch mal zu übernehmen. Deshalb allein schon hat sich der Kauf mehr als rentiert. Das Gerät an sich ist ebenfalls absolut erstklassig. Ich kann keine Kritikpunkte bisher feststellen. Es kommt aus dem guten Hause WMF und daher gehe ich auch davon aus, dass die Langlebigkeit hier stimmen wird. Ich habe für nicht mal 40 Euro ein super Schnäppchen gemacht, was mir jeden Morgen das ideale Frühstückserlebnis bereitet und damit verbunden auch viel Freude. Also an die absoluten Eierfans, so wie ich es einer bin. Schaut es euch unbedingt an, denn das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit begeistern. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald.